hallo morning talk guten morgen heute haben wir den 23.2 ihr seht es leider nicht hier am fenster es ist zu hell es schneit gestern war richtig schönes wetter es hat die sonne gescheint es war zwar bewölkt aber es hat die sonne gescheint es war richtig schön aber es war trotzdem kalt und ja jetzt schneit ich muss nachher noch arbeiten das ist auch super aber ich habe gesehen die straße ist sauber deswegen passt es eigentlich nur der rasen wenn ich da mal runter guckt und auf dem rasen darf der schnee gerne liegen auf der straße muss er nicht liegen das ist gut wenn da wenn die straße nass ist ist es also aber besser nass als rutschig nicht glatt ja ich habe einen kommentar bekommen von john s das habe ich auf dem handy gesehen deswegen muss ich mal kurz hier habe ich habe meinen pc gerade eben angemacht hier genau vom morning talk von gestern auf pause drücken ich dass die musik anfängt genau ich habe ein flammflügel mann er schreibt meine flammen flügel wahrscheinlich hat er ich weiß nicht wieso ich habe einen schon gefragt ob ich irgendwelche neue formate oder sowas machen soll oder neue videos da kommt er mit seine flammen flügel wahrscheinlich will er dass ich die rein mache aber ich sag es noch mal ich habe kein noch keine gescheiten flügel gefunden im internet ich kann ja noch mal suchen flügel die ich benutzen könnte um sie rein zu kopieren da in das video flügel flügel rote flügel jetzt kommt er jetzt kommt er an pianos rote flammen flügel es gibt flammen flügel es gibt aber es sind alles bilder die ich nicht benutzen kann die sind alle nein nein also wenn jemand irgendwie welche bilder hat oder so weiter weil der herr flammen flügel hätte doch gerne in seinem format hier so hier flügel und wenn ihr irgendwelche bilder findet also schickt die mir hier mal in die kommentare oder so und dann gucke ich mal ob ich die verwenden kann weil ich habe noch keine gefunden ich meine ich könnte auch normale flügel nehmen und die einfach rot anmalen aber habe ich auch noch nichts gefunden keine ahnung keine ahnung dann john s sehr gute entscheidung let's play ist okay aber die vlogs sind definitiv besser wo ist das bowling video ich überlege gerade habe ich damals gesagt dass wir jetzt rausbringen oder dass ich eins rausbringen weil ich habe nichts aufgenommen vom bowling weil ich überlege gerade ich habe keine kamera dabei gehabt oder gar nichts ich sage ich sage es auch mal so es hat spaß gemacht aber es war jetzt nicht so interessant das aufzunehmen wenn es das wir werden es noch mal machen vielleicht werde ich die kamera dann mal mitnehmen zu hinstellen aber wie gesagt das es war ganz witzig interessant aber ich glaube für leute zum zuschauen war das eher uninteressant weil wir haben naja wir haben eine runde ich glaube zwei runden was wo wir normal bowling spielt haben und dann in die anderen drei runden haben wir einfach irgendeinen scheiß gemacht einmal mit links spielen einmal mit dem rücken also das war ja ganz interessant so wann macht ihr wieder pen & paper das würde mich freuen ja pen paper habe ich ja gesagt gestern ist aufgenommen kann eigentlich mal gucken von wann das ist wann wir das aufgenommen haben das würde mich auch mal interessieren weil es ist schon wirklich ewig her wo ich denn das habe ich das habe ich da pen paper das sind wie viele lateien sind es moment sechs parts das kann jetzt sein dass es sechs parts sind sechs stück bei sechs stück aufgenommen das werden schon mal viele am 13 dezember kann es hinkommen eigentlich kann es hinkommen ja und ich ich muss mich einfach mal hinsetzen und das bearbeiten und das machen ich guck mal ob ich vielleicht die woche ist schwierig mit videos bearbeiten und so weil ich eigentlich nur morgens Zeit habe weil ich dann weil ich die spätschicht habe die woche die ganze woche vielleicht morgen weil ich morgen ein bisschen später gehe als normal dass ich da mich mal hinsetze weil ich habe auch keine lust dann wenn ich auf der arbeit bin den pc laufen zu lassen ähm und ich meine es passiert nichts aber keine ahnung nächste woche habe ich mehr zeit weil ich da früschicht habe da kann ich sein bearbeiten wenn ich es einmal über nacht laufen lasse das geht ja dann wenn ich dann aufstehe dann ist es fertig also ich werde mal gucken dass ich das mal hinkrieg so langsam weil ja das ist echt schon echt schon sehr lange ich guck gerade irgendwelche geräusche von da draußen guck mal ob es irgendwas ja es kommt ein neues walking dead raus das ist sogar heute heute kommt es raus ich weiß noch nicht wann genau wie flue das werde ich mir wahrscheinlich holen für die playstation das ist walking dead mich schon von telltale wieder ein glaub drei episoden ich glaube das hat drei episoden spiel das werde ich das werde ich mal explain weil ich bin fan von telltale und das spielt sich mal so gemütlich das kann man gemütlich mal ähm let's play ja das werde ich auf jeden fall machen ansonsten gibt es eigentlich nichts neues ich habe heute morgen schon am tablet geguckt doch der batman film soll batman gegen superman soll 2 stunden 30 minuten gehen habe ich gehört heute lang hoff hoff nicht zu lang weil das kennt man ja bei manchen filmen dass sie einfach so lang sind dann habe ich gelesen dass ich weiß nicht ob es stimmt ich kann mal gucken stanley letztes kam hier also sein letzter film auftritt soll in civil war sein danach soll er in rente gehen aber was gehört dass er krank sein soll aber das weiß ich nicht ob das stimmt stanley's verrückte idee star wars mit den avengers kreuzen ich finde jetzt nichts dazu wenn ich bei google eingibt stanley kommt der cancer tot dead cap das ist schwachsinn schwachsinn das ist was da steht in google ist schwachsinn ne also ich habe es gelesen das ist also ähm Captain America Civil War soll sein letzter film sein ob das stimmt werden wir sehen bei ähm was kommt noch Doctor Strange und was kommt noch für ein film raus oder war es das die 2 von Marvel überleg grad ich glaube es sind nur die 2 aber egal ich denke mal gucken was es noch so gibt auf der welt genau genau die HTC Vive die soll ja jetzt im April rauskommt für 800 Dollar das ist das ist keine Ahnung ich habe keine Ahnung was wie die ich meine zum Glück sind wir alle reich und können uns das alles kaufen und das passt ja dann aber viel zu teuer keine Ahnung jetzt bin ich eigentlich nur noch gespannt was die Playstation VR also diese Morpheus äh was die kostet aber ich weiß nicht ich bin ich glaube nicht dass Sony die so teuer macht weil das ist das das kauft doch keiner ich kann mir das halt vorstellen wer zur Playstation hier die was 400 Euro kostet kostet die 400 Euro ich bin mir nicht mal sicher sich dann nochmal so eine so eine Brille kauft für 800 Euro ich weiß nicht wer sowas macht ich meine man hat hier ein PC stehen der ein bisschen mehr als 400 Euro kostet und kauft sich dann noch eine 800 Euro Brille das ist genauso aber ich weiß nicht ich weiß es nicht keine Ahnung so ist heute Far Cry rausgekommen heute ist Far Cry rausgekommen Far Cry Primal also würde mich mal interessieren ob man sich das Spiel ob sich das Spiel lohnt zu kaufen ich habe das ein bisschen bei den Rocket Beans gesehen wie sie es da gespielt haben es sah ganz interessant aus aber ob man das Spiel kauft also kauft ich weiß nicht ob das da ich weiß es nicht also Walking Dead Michonne ist schon draußen anscheinend muss ich gleich mal gucken ich werde es nämlich direkt runterladen ähm zum aufnehmen wird es zeitlich nix ich komme zum Glück heute schon um 18 Uhr heim dann könnte es sein dass ich heute noch aufnehmen und es heute hochlade aber ich verspreche nichts ich sage nur es kommt hier auf dem Kanal weil ja hier ich habe was in der Hand äh und wann weiß ich nicht sowas kommt noch was also ich bin jetzt hier auf einer Seite mit dem Playstation Store Updates da Sachen rausgekommen was sind das für Spiele also ich sage jetzt nur Spiele die interessant sind es kamen davor Kings Casino & Slots es ist ein kostenloses Online Spiel wo man Poker spielen kann Blackjack und sowas muss ich mir mal runterladen man sagt ganz interessant aus es sah aus wie wenn ihr das kennt von auf der PS3 Playstation Home wie hieß es er? Playstation Home ähm wie man da so sah das eigentlich aus man läuft herum in dem Casino und spielt ich bin mal gespannt ich muss niesen äh okay ja das war's eigentlich das war's so nächstes News Yves Valkyrie neues Gameplay okay Gameplay das mach ich jetzt hier nicht Yves Valkyrie ist oder Valkyrie Valkyrie wahrscheinlich ähm wenn ihr Yves Online kennt eines der besten meiner Meinung nach besten MMOs die es gibt Yves Online kommt jetzt ein es kam ja für die PS3 ein Dust Dust513 wie hieß das so ein Shooter raus der auch auf den Servern also im Spiel von Yves Online war was ich richtig geil fand ähm wo man dann in Yves Online mit seinen Schiffen auf den Planeten fliegen konnte und dann einfach den Planeten befeuern konnte das ist richtig genial leider haben die das zu spät rausgebracht oder zu früh die haben das rausgebracht als die PS3 schon also als die PS4 schon dann raus kam ein paar Monate später ich hab's gespielt das ist gut aber die müssen für die PS4 nochmal rausbringen ganz ehrlich ich würde sowas von spielen Yves Online habe ich mir gestern installiert vielleicht spiele ich das mal wieder aber Let's Playen kann man das Spiel man kann das Spiel nicht Let's Playen also das werde ich niemals machen ich werde spielen oder sowas Yves Valkyrie kommt für die PS4 raus das ist ich weiß nicht, spielt das auch auf den selben Servern oder ist es dann ein Extraspiel man weiß es nicht also ich weiß es nicht und es ist wie X oder wie wie heißt das Elite Dangerous genau nur dass man halt mit der Brille spielt und dann da rumfliegt und schießt und so weiter also das finde ich mal interessant Dun The Division Beta bricht Rekorde mhm die Spieler verbrachten im Durchschnitt 4 Stunden und 52 Minuten als aktivierter Sleeper Agent im Krisengebäude New York WTF so viel naja also das Spiel werde ich mir wahrscheinlich holen ich habe es dir vorgestellt aber super Beta hat mir 70 Euro gespart schreibt einer boah mein Hals also Konami kündigt UEFA Euro 2016 an sind die dumm dumm was mach ich denn wieso wieso hä ne Moment ich lese es mal kurz das ist kein das ist kein ah ok ah ok also wenn man schon PES 2016 hat wird das einfach hinzugefügt man kann es dann aber nochmal extra kaufen wo PES dann aber dabei ist ich wollte gerade sagen sind die dumm oder so aber Konami ist eh dumm die die ähm Konami ist es einfach scheiße seit es seit es mit äh Hideo Kojima war sind die echt die werden immer von Tag zu Tag einfach nur schlechter dann Paragon neuer Trailer zum MOBA aber das Paragon Spiel ist ein MOBA von Epic Games die Unreal Tournament Unreal ihr kennt sie die haben das gemacht ich bin in der Beta in der Alpha das ist ja schon die Alpha ich sock die Alpha jetzt schon ich weiß gar nichts wann habe ich den Beta Key bekommen letzte Woche habe ich den Key für die PS4 bekommen auf dem PC läuft es schon ein bisschen länger PC ist die Alpha echt noch ich sag mal unspielbar finde ich die hat echt noch ein paar Macken aber es ist eine Alpha PS4 läuft ja schon ein bisschen flüssiger finde ich da sind sie schon einen Tick weiter mit der Entwicklung es macht Spaß aber es ist halt es ist halt wie jedes andere MOBA auch es ist immer dasselbe die können nichts mehr Neues erfinden in den Spielen und ich weiß nicht warum die nicht mal irgendwie eine neue Idee rausbringen oder sowas zu den Spielen aber nein immer und immer wieder einfach dasselbe immer dasselbe immer dasselbe keine Ahnung Musik ja das war es mit den News sonst gibt es nichts Neues was ich empfehle euch noch was und zwar geht auf oder ich zeige es euch ich kann es doch eigentlich zeigen oder habe ich das hier auf da Kamera hier drauf teamgaki.com falls ihr das kennt finde ich das schon mal sehr cool wenn nicht ist das gibt es ein Part 9 warte ich gehe einfach mal auf F5 in Japan gibt es eine sind so ja die machen die haben eine Show die heißt Gakino Tsukai und einmal jährlich immer an Silvester ist es gibt es so ein Special das geht für sie die 5 geht es 24 Stunden lang geht es irgendwo hin denn dieses Jahr letztes Jahr war es dann als Detektive mussten sie 24 Stunden lang als Detektiv in irgendeinem Gebäude halt leben und sie durften nicht lachen also 24 Stunden nicht lachen wenn sie lachen bekommen sie mit so einem Stock direkt so auf den Hintern und Entschuldigung mein Hals heute es ist sau komisch es ist sau komisch aber ich empfehle jedem auf die Seite zu gehen oder die da da sieht man keinen Arsch hier sind alle 2003 2003 ging es los gucke ich mal hier hin dass man das sieht 2003 ging es los und ja 2014 da fehlen halt noch 2015 da fehlt noch und 2016 da fehlt auch noch ja einfach mal alle anzugucken es sind ein paar Stunden aber es lohnt sich es lohnt sich ich finde es immer so geil ich gucke mir ab und zu mal die Serie die normale Serie Gaki no Tsukai an aber da haben die nicht immer Untertitel manchmal haben die Untertitel manchmal haben sie keine ist also Gaki no Tsukai da gibt es eine gute Seite ich hoffe die gibt es noch nicht Team Gaki die reddit ist auch immer gut ist das Forum überhaupt noch Forum da ist es doch wunderbar egal ich mache Schluss heute haben wir fast 20 Minuten hier verbracht was macht das Wetter die Schneeflocken sind ein bisschen kleiner geworden aber ansonsten hat sich nicht viel verändert ok also wir sehen uns beim nächsten Mal wieder haut rein tschüss